Die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar ist eine Musikhochschule in Weimar. Geschichte Das von dem Architekten Anton Georg Hauptmann errichtete Fürstenhaus Weimar nach Plänen des fürstlichen Landbaumeisters Johann Gottfried Schlegel wurde 1774 fertiggestellt. Das geschah gerade noch rechtzeitig um den Weimarer Hof unterzubringen, denn das Weimarer Stadtschloss brannte in diesem Jahr nahezu völlig ab. Franz Liszt setzte sich seit ungefähr 1850 für die Gründung von Musikschulen ein, insbesondere für ein Ausbildungszentrum für Orchestermusiker in Weimar. Doch erst 1872 wurde unter Karl Müller Hartung in Weimar die erste Orchesterschule Deutschlands gegründet. Die Ausbildung erfolgte auf allen Orchesterinstrumenten am Klavier und im Dirigieren. Dazu kamen bald auch Gesang, Oper und Theater, Komposition. Die pädagogische Ausbildung zum Instrumental- und Gesangslehrer sowie die Virtuosenschulung. 1948 trat zu den obligatorischen musiktheoretischen und musikgeschichtlichen Begleitfächern das eigenständige Studienfach Musikwissenschaft. Diese Differenzierungen brachten über die Zeit viele Namensänderungen hervor. 1877 Orchester und Musikschule 1885 Orchester, Musik- und Opernschule 1899 Musik-, Opern- und Theaterschule 1902 Großherzogliche Musikschule 1919 Staatliche Musikschule 1930 Staatliche Hochschule für Musik 1956 erhielt die Hochschule ihren heutigen Namen Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar Punkt Rektoren 1872 Karl Müller Hartung 1902 Erich Wolfe Detner 1909 Waldemar von Bausnern 1916 Bruno Hinze-Reinholt 1934 Felix Ober-Borbeck 1939 Paul Sixt 1945 Walter Schulz 1948 Ottmar Gerster 1952 Willi Niggeling 1955 Werner Felix 1966 Johann Schielenseck 1972 Hans Rudolf Jung 1980 Dieter Müller-Nilson 1990 Wolfgang Markgraf 1993 Wolfram Huschke 2001 Rolfe-Dieter Ahrens Seit 2010 Christoph Stülzel Professoren und Dozenten Erich Wolfe Detner Waldemar von Bausnern Alfred Höhn Hermann Keller Richard Wetz Hermann Abendroth Ottmar Gerster Johann Schielenseck Edgar Hartwig Carola Nastala Leonid Cicic Klaus-Jürgen Teutschbein Jörg Brückner Wolfgang Bleibel Bernhard Klapprott Michael Obst Frank Forst Walli Hase Silvius von Kessel Michael Kapsner Michael Schiefel Trivia Die Altenburg Das langjährige Wohnhaus von Franz List in Weimar wird heute von der nach ihm benannten Hochschule für Musik genutzt. Bilder Punkt 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 Vielen Dank.